Musik Und auf jeden Fall etwas, was normalerweise auch nicht im Kino zu sehen ist Sie haben sicher schon mal von dem Schalach-Roten hängt. Ansonsten, die Ausgänge sind verliegelt, keiner kommt ihr Leben raus und viel Spaß. Zu Manos selbst möchte ich jetzt gar nicht mehr viel vorab sagen, nur dass es wirklich jetzt ein Kampf war, den zu bekommen, obwohl es der erste Film war, den ich gebucht habe für dieses Festival, war es jetzt also ein größeres Unterfangen, den er tatsächlich zu bekommen. Ich habe jetzt weder die Digitalkopie noch die Blu-ray bekommen, sondern war meine lieben Freundin Amerika einfach nicht in der Lage, um das Rechtzeitig in die Post zu geben. Ich habe jetzt heute Morgen noch einen Download-Link bekommen für die DVD und habe die jetzt heute Morgen noch gebrannt. Zwei in diesen unbewohnten Schlössern gibt es hausend weiße Skeletten. Und zwei Wochen. Yes! Ich nutze jetzt noch die Gelegenheit, um noch kurz mal ich zu bedanken, auch beim Komp-Ivo, für die Technik. Jetzt noch einen Applaus, ihr. Du hast mir immer gesagt, ich wäre so tot. Sie entschuldigen mich jetzt. Ich bin ein Mann mit Grundsätzen. Es ist Zeit, dass ich schlafen gehe. Also, ich bin ein Mann mitaimerinnend. Also, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Du hast mir schon was amade. Deine Mann. Ich bin ein Mann. Du hast mir überrascht, Vielen Dank.